Das sind die Leute, die hier ferngesteuert werden. Die Würmer greifen dich an. Du wirst garantiert zermatscht. Garantiert. Darum nehme dir so einen Teil hier unten. Wie zum Beispiel den Typen. Interagieren. Kann man den noch schieben? Kann man. Sehr gut. Ja, der wird der Schmerz. Ich mache den Schmerz. Hier ist die Schmerz. Wir müssen jetzt aufpassen. Okay. Ich habe mich erschrocken. Okay. Ich habe es verstanden. Okay, die funktioniert andersrum. Hä? Achso. Die funktioniert andersrum. Huuu. Eieiei. Nochmal. Und springen. Was mache ich hier? Ich muss definitiv springen und wieder rüber. Ach, muss ich jetzt von den weglaufen? Gut zu wissen. Und die werden dann hier platt gemacht. Find ich gut. Ey, der hat mich an der Ferse erwischt. Der Freund. Also rüber hier. Und rüber hier. Oh, jetzt haben wir das wieder nicht geschafft. Eieieieiei. Ah, ist immer zu kurz gesprungen. Nicht gut. Nicht gut. Und so was trinken, ja. 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 Ah ja. Schafft den Sprung. Puh. Die wollen uns an die Eier gehen. Die wollen uns an die Eier gehen. Die werden uns an die Eier gehen. Da sterbe ich auf jeden Fall. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's eigentlich schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Ach, ich weiß was. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Und da auch nicht. Und da auch nicht. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Und da auch nicht.